Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zum Verständnis des Universums. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften sprach die eine Hälfte des Preises dem kanadischen Kosmologen James Peebles zu. Sie würdigte damit seine theoretische Grundlagenforschung. Die andere Hälfte der Auszeichnung geht an die Schweizer Astronomen Michel Major und Didier Kellot. Ihnen war der Nachweis eines speziellen Himmelskörpers gelungen. Ist unsere Erde einzigartig? Gibt es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Wie ist das Universum vor fast 14 Milliarden Jahren entstanden? Grundlegende Fragen der Astronomie. Die heute mit dem Physik-Nobelpreis geehrten Wissenschaftler haben darauf Antworten gefunden und damit den Blick auf unsere Erde und das gesamte Universum entscheidend verändert. Der Kanadier James Peebles erkannte, dass vom Anfang des Universums heute noch Spuren zu finden sein müssten und schaffte so die Grundlage für unser Verständnis der Geschichte des Universums. Die beiden Schweizer Astrophysiker Didier Kellot und Michel Major schrieben 1995 Wissenschaftsgeschichte. Sie entdeckten erstmals einen Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems und 50 Lichtjahre von der Erde entfernt einen Stern umkreist. Dieser Stern machte auffällige Bewegungen und die Forscher befürchteten damals, dass andere ihnen zuvorkommen könnten. Wir hatten Angst, dass die Amerikaner den Namen des Sterns erfahren und ebenfalls Messungen durchführen würden. Deshalb haben wir alle gebeten, stillschweigend zu bewahren. Dann erkannten Kellot und Major, die Bewegungen kamen durch den umkreisenden Planeten 51 Pegasi b, der den Stern ins Schlingern bringt. Bis heute wurden mehr als 4000 weiterer solcher Exoplaneten entdeckt, von denen einige auch lebensfreundliche Bedingungen haben könnten. Durch die Nobelpreis geehrte Forschung wissen wir nun, unser Sonnensystem ist nicht einzigartig im Universum.